Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Ark auf Fjordur und heute das Artefakt des Rudels. So, ich befinde mich relativ zentral oben auf der Map an so einem See. Dahinten ist der Redwood, zeige ich euch kurz. Zack, da, der grüne Obi und der Redwood. Und hier unten haben wir halt besagten See. Am See führt so ein Weg hier hoch, können wir unschwer verkennen, so eine Trampelfahrt mit ein bisschen Holz. Und wenn wir diesem Weg folgen, sehen wir da unsere Höhle. Und da müssen wir rein, Freunde. Koordinaten sind 21 und 57 in der Reihe. Und dann gehen wir mal rein. Achso, und vorher vielleicht noch, ihr braucht was zum Heilen und definitiv ein paar Hinterhaken. Weil hier drin ist es sehr heiß und sehr schmerzhaft. Also entweder macht da halt Fliegen in Höhlen an, oder ihr müsst sehr gut springen können, weil hier seht ihr schon, man muss hier halt wirklich von Stein zu Stein springen, um nicht in die Lava zu fallen. Und das wäre natürlich echt tragisch. Schön mit Stuff in die Lava zu fallen in der Höhle, das wäre echt, naja, nur das Case, ne? So, dann kommen wir hier auf diese Ebene, wo die ganzen tollen Tierchen auf uns warten. Und dann müssen wir mit dem Hinterhaken einmal hier rüber, Freunde. Hier drüben angekommen, haben wir es auch schon fast geschafft. Müssen wir auch noch den Weg hier lang laufen. Also quasi einmal hier rum. Dann hier drüber. Und da vorne sehen wir es auch schon. Hier haben wir nämlich, Freunde, das Artefakt des Rudels. Und dann einfach nur denselben Weg hier zurück raus. Und wir haben es hinter uns. Und in diesem Sinne, Freunde, ich würde sagen, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.